hallo liebe zuschauer hallo liebe fans hallo liebe youtuber ich bin's euer holger von holger aus wunderland und ich bin heute jetzt auf dem weg zur messe abf nach hannover und da geht es dann heute um camping und so weiter und ich werde euch da mal ein bisschen was zeigen was genau weiß ich noch nicht ich habe mir jetzt vorher nichts aufgeschrieben außer die sachen die ich schon mal wagen brauche das wärs erst mal hände du bist jetzt ruhig du hast nichts zu melden ich darf ja oder darf man auch das ist schlecht ne Vielen Dank. So, liebe YouTuber, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ein schöner Mini-Wohnwagen. Meiner sieht leider nicht so schön aus. Und da steht noch einer. Aber der hier hat sogar eine Deichsel. Jetzt frage ich mich nur, was macht das ganze Ding wohl liegen? Aber der ist auch schon ziemlich alt. Also, der hat schon einige Gebrauchsspuren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020